Herzlich Willkommen bei 21.BAU.TV Die nächste Schicht ist drin, Zulauftunnel unter der B14 für die Stadt Baden, für die Haltestelle Staatsgalerie. Ein guter Indikator war unser dickes Rohr hier quer durch, das ist nicht nur zu sehen, ich schätze 1 Meter drüber mittlerweile. Und wenn ich diese Betonumwandlung der Stahlrohrstützen sehe, dann ist jetzt ein Niveau erreicht, ab dem sich irgendwas ändert. Die Schicht hat einen Niveau gebracht, der sich in die Stadt Baden, der sich in die Stadt Baden und der sich in die Stadt Baden zu beenden. Die Schicht hat einen Niveau, den sich in die Stadt Baden zu beenden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und hier wird gerade am südlichen Treppenhaus gearbeitet Danke fürs Zuschauen und bis gleich im Baufeld 18 und 19 und bis gleich im Auftrag des WDR